Oh mein Gooooot Ich bin... Hello? Ja, was? Wie? Was? 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 Sie haben gesehen, was bin ich gefahren? Was bin ich gefahren als T63 AMG? Ja, das ist richtig. Das ist so ein Fahrzeug, wie da hinten steht. Ja! Ihr habt doch einen Lexus gesagt. Tun Sie mich falsch aus, sage, nehme ich Sie mal fest. Jetzt überlegen Sie sich mal ganz genau, was Sie gerammt sind. Ne, 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 ne. Aber ich bin ja höflich. Fischer, der hat Sie beleidigt. Sie haben auch Sie hintergebliebenes Röntgenbild, ja? Was ist denn passiert? Da ist der Leichtensack aufgetaucht und die Dame ist darüber gestolpert. Oder der Typ, keine Ahnung, ist mit RIP. Vorher wollen wir das wissen, weil wir selber eine Anzeige gekriegt haben, dass ein gestohlener Mercedes unterwegs ist. Wirklich- Wirklich-